Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Cutter, für euer Let's Play, das Kaninchen. Und wir, Malboro und ich, wir stehen hier oben und schauen über die malerischen Felder und Landschaften von Rothay Valley. Guck mal da, da ist doch so eine Spinnenkuppel, die wir schon gesehen haben. Ich kann mich nicht in den Sinn, dass mir die schon... Oh, das ist mir schon abgewaltigt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir sind aber gar nicht da unten unterwegs, sondern hier oben, um dem Kult der Drachen entgegenzutreten. Wir kämpfen also nicht direkt gegen die Drow gerade, sondern versuchen etwas Größeres, ein größeres Übel aufzuhalten. Wir haben ja schon erfahren, dass die Kultisten hier mit dem Mitril auf jeden Fall arbeiten. Sie scheinen die Blitze des Drachen Venfita aufnehmen oder sammeln zu wollen, um damit irgendein Artefakt der Wolkenriesen zu aktivieren. Und das scheint auf sehr krude Art und Weise dann zu irgendetwas zu führen, was bestimmt schlecht ist für Neverwinter und vielleicht auch die ganze Schwertküste oder noch größeres. Dagegen wollen wir einschreiten. Dafür gibt es mehrere Dinge, die wir machen und die wir jetzt schon gemacht haben und machen wollen. Also wir haben jetzt Venfita schon einmal besiegt. Wir haben die Pläne von denen geholt und auch ein paar der Sklaven gerettet. Und ich habe mich mit den Talenten ein bisschen auseinandergesetzt und ich werde hier unter den Lichtpfad wählen. Ich kann ja jederzeit, wenn ihr sagt, Gott Kattefe ist total blöd, was du dir jetzt gleich überlegst. Also wenn du erfährst, wenn ihr erfahrt, was ich mir überlegt habe, das klingt total doof, was du dir überlegt hast. Dann kann ich das ja noch ändern, aber nur, das ist jetzt mein Plan. Und zwar, ich habe ja noch 15 Vorbildpunkte bekomme ich ja noch. Ich bin jetzt Level 55, bis Level 70 kriegt man Vorbildpunkte. Das sind nach Adam Ries noch 55. Und, 55, noch 15. Und damit komme ich also bis nach hier, bis in diese Spalte. Und beim Lichtpfad gibt es hier zum einen die Bastion des Kriegers, dass meine Verteidigung noch erhöht wird. Was, glaube ich, nie schlecht ist, mehr Verteidigung zu haben. Und dann hier die Aura-Geschenke. Wenn Leute in meinem Umkreis sind, also nah bei mir stehen, kriegen sie 25% meiner Kraft. Das ist insoweit ja ganz gut, weil wir ja gesagt haben, dass ich hier durch... Jetzt, lass mich lügen. Innere Ruhe war das, glaube ich. Nein. Nein, der Schutz ist... Nein, irgendwas war das. Irgendwo. Irgendwo. Oh. Da, wenn ich Schaden erleide, steigt meine Kraft abhängig davon, wie viel Schaden ich da hinten habe. Und das ist natürlich wieder ganz gut, dass ich damit mehr Kraft bekomme, je mehr ich auf die Fresse bekomme. Und damit kriegen dann mit dem Aura-Geschenk meine Freunde auch mehr Kraft. Also das ist mein Plan. Und dann ist die erste Frage natürlich Seraphim oder Geschenke des Lichts. Und ich finde, Seraphim, es sind halt... Es macht das Gleiche. Es erhöht meine Wirkung, also meine Heilwirkung, wenn ich das richtig sehe, aber das immer. Und das nur, wenn ich Schaden bekomme, gibt es die Chance. Da klingt das irgendwie cooler, auch wenn es ein bisschen weniger bringt, aber das ist halt permanent. Ich muss nicht Feuer auf die Fresse kriegen. Naja. Das haben wir noch gemacht. Und ich habe Jan noch einen weiteren Schritt getan. Und zwar habe ich hier eine Insignie gesammelt. Vielleicht ist es euch aufgefallen, dass ich die gesammelt habe zwischendurch. Und damit haben wir jetzt bei unserem marmorierten Hengst den Insignien-Bonus Freundschaft des Beschützers. Jedes Mal, wenn unsere Gefährte angreift, kriegen wir 1% unserer Kraft und Verteidigung als Bonus. Das ist A, nicht viel. Und B, momentan komplett nutzlos, da Malbro nicht angreift. Aber, das können wir ebenfalls hier bei unserem Waterdeep-Pferd auch... Nein, können wir nicht. Aber bei unserem Wildlederschlacht... Nein, können wir da auch nicht. Aber bei unserem Winterwolf als Gefährten geschenkt, beziehungsweise als Freundschaft des Beschützers auch bekommen. Und die stacken ja. Und da müssen wir, wenn wir das mehrfach haben, überlegen, ob wir dann Malbro nicht wieder gegen Schnoffel austauschen oder gegen einen anderen Gefährten, der angreifen kann. Gut. Lange noch geschwafelt. Wir reden mit dir. Wir haben Quests abzugeben. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Und wenn jetzt auch noch Verstärkung der Allianz eintreffen würde? Unglaublich. Der Kult hat all das Mithril den ganzen Weg von Ispire Peak bis hierher transportiert, um Gefäße anzufertigen, die den Blitzarten des Drachen einfangen können. Was machen sie mit den eingefangenen Blitzen? Und wieso scheint es, als ob sie noch weiteres Mithril für eine Art Bauprojekt benötigen? Ich weiß nicht, was sie letztendlich vorhaben. Aber der Kult würde nicht so unverdeckt und unter Einsatz von so vielen Ressourcen handeln, wenn sie sich nicht etwas Entsprechendes davon erhofften. Worüber ich mir sicher bin, ist, dass deren Pläne, sich mit den Grow zu verbünden, nicht geduldet werden können. Definitiv. Da müssen wir intervenieren. Sklaverei ist nie gut. Aus den Unterlagen, die ihr gefunden habt, geht deutlich hervor, dass die Blitze, die der Kult in den Gefäßen verwahrt, essentiell für deren oberstes Ziel sind. Was auch immer dieses sein mag. Ich bin mir jedoch sicher, dass alles, was dem Kult hilft, schlecht für uns ist. Solange ihr nicht damit liebäugelt, von Drachen regiert zu werden, was würdet ihr davon halten, bei einigen dieser schicken Flaschen gekochten knallen zu lassen? Naja, also, es gibt da schon einen Drachen, eine Drachin? Wie ist die weibliche Form von Drache? Ist Drache geschlechtsorientiert oder ist Drache einfach der Begriff für das Lebewesen, für die Art? Und gibt es dann ein Drachenmännchen und ein Drachenweibchen? Ich kenne mich mit Drachen nicht aus. Es gibt auf jeden Fall einen weiblichen Drachen mit mehreren Köpfen, wo ich schon sagen möchte, da würde ich mich vielleicht schon dazu entschließen. Wir machen sie auch schon kaputt. Keine Sorge, wir machen eine Fläschchen kaputt. Blitzgefäße sabotieren. Ich wusste sogar mal, wo das Wort sabotieren oder sabotage herkommt. Das ist glaube ich von französischen Arbeitern, oder was französischen, die ihre Holzschuhe, die... Oder waren das Belgier? Auf jeden Fall hat es was mit ihren Holzschuhen zu tun, die sie in die Getriebe reingeworfen haben und diese Holzschuhe hießen irgendwie Sabo und damit wurde es doch Sabo da. Irgendwie so. Ist egal, wir machen es kaputt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Paladin, ich bin nicht dazu da, nachzudenken. Es ist kaputt! Hoffe ich mal. Sie sind übrigens auch ganz hübsch, muss man sagen. Die sind schon hübsch. Wenn wir uns die mal kurz angucken hier, das ist schon eine schöne Konstruktion. Aber wir müssen es trotzdem kaputt machen. Kaputt! Dann sind hier noch welche. Na, das ist ein Gegner. Hier ist noch eins. Hallo, ich möchte es mal ganz kurz richtig sehen. So sehen die aus, diese Gefäße. Die sind schon hübsch, oder? Weiß ich nicht, wie ihr das seht? Ja, Marlboro, stell dich dazu. Damit du vergleichen kannst, wer schöner ist. Das Blitzgefäß oder du? Ihr könnt entscheiden in den Kommentaren, wer ist schöner, dieses Blitzgefäß oder Marlboro. Entscheidet sie jetzt! Ich glaube, der Abgrund hat dem Kaninchen nicht gut getan. Hallo! Ich möchte ein Blitzgefäß kaputt machen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ins Gesicht. Ich glaube, ihr lebt es noch. Geh weg! So. Blitzgefäß! Blitzgefäß! Ich fehle dich! Blitzgefäß! Explosion! Sehr gut. Dann haben wir auch dieses erfüllt. Und können diese Kürze auch abgehen. Das war ja ein richtiges Spektakel. Die Leute im Tal haben sicher gedacht, dass sich ein Sturm zusammenbraucht. Ihr habt in jedem Fall der Flaschenblitzversorgung des Kultes einen herben Schlag verpasst. Wenn wir jetzt nur noch wüssten, wozu sie diese eigentlich brauchen. Das kriegen wir auch noch raus. Keine Sorge. Ich habe meine Gedanken zu dem, was der Kult hier in Roce Valais vorhat, niedergeschrieben. Könnt ihr es zu Delrin Buzz in Protectors Enclave bringen? Richtet ihm außerdem aus, dass ich mich auf dem Weg der Besserung befinde und er niemandem schicken muss, um mich zu ersetzen. Ich will das bis zum Schluss durchziehen. Das finde ich sehr edel von dir. Wirklich, wirklich. Aber du solltest dich nicht überanstrengen. Wenn du verletzt bist, brauchst du dich auf jeden Fall nicht überanstrengen. Es gibt bestimmt jemanden, der hier so lange Wache schiebt. Wir brauchen jeden, jede... Ich wollte gerade sagen, jede Axt und jede Schwerte, aber du hast einen Bogen. Jede Waffe brauchen wir im Kampf gegen die Kultisten des Drachen. Da bringt es nichts, wenn du dich überanstrengst. Oder sogar noch damit für immer irgendwie aus dem Kampf herausziehst. So, es ist eine Schande, dass so ein lieblicher Ort zum Schauplatz von Gewalt und Blutvergießen gewonnen ist. Guter Dünger, vielleicht, weiß ich nicht. Das Blut, guter Dünger. Da finden wir viele Nährstoffe. Vielleicht ist das Salz da eher schädlich. Das könnte sein, dass das Salz da nicht ganz so gut ist. Die Aufgaben, die wir jetzt hier gemacht haben, das heißt, die Blitzgefäße zerstören, die Sklaven vor den Kultisten zu befreien und zu ihrer sicheren Position nach hinten zu bringen, sind dann auch die Aufgaben, die wir halt täglich hier absolvieren können im Kampf gegen die Kultisten. Und dort können wir dann fleißig weiter Kampagnenwährungen sammeln, die wir jetzt brauchen, um nämlich hier die tägliche Quest, beziehungsweise die Quest, die, 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 den Kampagnenfortschritt. Meine Güte, Katafi, dein Gehirn ist auch schon wieder ganz woanders. Diesen Kampagnenfortschritt zu machen, das dauert wieder 20 Stunden. Wir beginnen diese Aufgabe, wir unterstützen die Smartgrünen-Enklave in Roshevalet. Sobald wir diese Aufgabe fünfmal abgeschlossen haben, werden wir einen Umhang der Smartgrünen-Enklave bekommen. Und das dauert jetzt halt 20 Stunden. Und dann können wir die Drachenort-Verzauberung und die neue Abenteuer-Ausrüstung bekommen. Außerdem schalten wir damit die Unterstützung für die Sentarinen frei, was dann das nächste ist in den flüsternen Höhlen. Da ist noch ein bisschen hin, bis wir dort sind. Und die Drachenort-Verzauberungen sind ziemlich gut, gerade für den Einstieg, wenn man noch nicht die Möglichkeit hat, oder wenn man noch nicht das Glück hatte, genügend von den Verzauberungen des Quartiermeisters zu bekommen für die Unterstützungsplätze, ist das eine sehr gute Alternative, kostet zwar 5000 Astral Diamanten, lohnen sich aber auch, denn sie geben einem die Möglichkeit oder die Chance, wenn wir einen Gegner töten, ein Juwel zu finden. Und, also, ein Verzauberungs-, äh, Veredelungsgegenstand, der, also ein, 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 ein. Habe ich gerade zufällig welche in der Tasche? Ja, sowas zum Beispiel hier. Und davon droppen dann entsprechend welche, wenn wir Gegner töten, je höher die Stufe der Verzauberung, das hier ist eine Rang-8-Verzauberung, die geht natürlich bis Rang-14 hoch, desto besser ist die Chance und auch die Qualität, ich glaube, die Qualität ist davon unbeeindruckt. Aber die Chance wird halt höher. Und man kann natürlich auch mehrere davon haben, ihr könnt diese, äh, diesen Kampagnenfortschritten mehrfach ausführen, so oft ihr wollt, so oft ihr, also viel Geld und für Kampagnenwährung, das Tal, die ihr man hier habt, könnt ihr das machen, und die dann entsprechend in alle Unterstützungsplätze reinsockeln, wenn ihr das möchtet. Und die kriegt ihr halt dadurch relativ schnell oder relativ früh im Spiel, weil die andere Alternative für eine Gut-Unterstützungs-Verzauberung ist erst in Sharan-Da, da gibt es die schwächere Feensägen-Verzauberung, die Ähnliches macht, also auch wenn wir Gegner töten, kriegen wir hier Veredelungsgegenstände und auch wieder genau mit der gleichen Chance 1%. Früher war das noch ein Unterschied, weil sie unterschiedliche Sorten von Veredelungsgegenständen gebracht haben, da gab es ja auch noch diese Sorten halt, Veredelungsgegenstände der Macht, der, ähm, der Stabilität, der Einheit, dann gab es für Verzauberungen gab es spezielle und für Artefaktwaffen und sowas, das war halt alles so, gab für so viele verschiedene Sorten die verschiedenen Veredelungsgegenstände und deswegen gab es auch unterschiedliche Verzauberungen, jetzt macht das alles keinen großen Unterschied mehr, welchen ihr habt und da ihr hierfür erst Sharan-Da freigeschaltet haben müsst, was erst mit Level 64 geht, dann müsst ihr komplett Sharan-Da durchgespielt haben, um die Ritualmagie zu unterstützen, ist hier die Möglichkeit mit den Drachen, äh, den Drachenhort-Verzauberungen viel, viel früher, in, äh, für euch frei, dass ihr das bekommt, ihr müsst halt nur das hier haben, das geht ab Level 51, könnt ihr hier in Marschgefehler abschließen und dann könnt ihr die freischalten, holen, ihr braucht halt nur Astralia, man, 5000 ist jetzt schon ein Pappenstiel, äh, ist kein Pappenstiel, wir können auch mal ganz kurz gucken, komm, wir machen uns mal, ja, weil wir gerade eben, ja, zu passendem Thema sind, die Drachenhort, mit Tee natürlich, Dankeschön, die Drachenhort-Verzauberung, könnt ihr euch auch auf Astraldiamanten mal kaufen, ihr seht, dass die doppelt so viel kostet, also 5000 in der Herstellung, 11.000 in der, ähm, auktionsmarkt, ähm, ist halt die Frage, ob ihr die 6000 Astraldiamanten mehr ausgeben wollt, ist vielleicht auch die ein oder andere Möglichkeit, Geld in Astraldiamanten umzuwandeln, wenn ihr das möchtet, ist natürlich die Frage, wie viel die gekauft werden, das kann ich absolut nicht einschätzen, ich hab's nicht versucht, die auch zu verkaufen, weil ich da nicht dran gedacht hab, geb ich ganz ehrlich zu, ich hab das mal eine Zeit lang gemacht, hab's doch mal wieder aufgehört, ich weiß nicht, ob die jetzt noch verkauft werden, ich kann es nicht sagen, also ich persönlich würde sagen, nein, weil warum sollte ich die kaufen, wenn ich die auch für 5000 Astraldiamanten herstellen kann, 6 Gold, 6 Gold wirken am Anfang echt noch viel, ihr seht auch, ich hab kaum Gold, aber das ist nur eine Frage der Zeit, ähm, ihr kriegt sehr schnell sehr viel Gold, Gold wird später auch absolut kein Problem mehr werden, dass ihr ständig die Verzauberungen austauschen müsst, das wird später auch nicht mehr so sein aus der Ausrüstung, und dann habt ihr auch keine große Gold-Ausgabe mehr, das ist ja momentan der Grund, weswegen ich Gold verliere. Naja, dazu gibt's aber auch noch später ein Video, wenn Modul 15 rauskommt, werde ich nochmal ein Video dazu machen, auch wie ihr an Gold kommt, wird dazu nochmal für Neulingen erklärt werden, gibt's Verzauberungen für und Segen, hast du nicht gesehen, also hier, ganz kurz, kann ich ja schon machen, ach komm, wir machen, wir decken das ganze Thema ganz kurz mal ab, ähm, und zwar, wenn ihr Gold braucht, könnt ihr die Lichtverzauberungen in einen Unterstützungsplatz sockeln, ihr seht, die bringen Gold-Bonus, ihr bekommt also mehr Gold für jeden getöteten Gegner, beziehungsweise für jeden Drop, und es gibt auch, wenn ihr in einer Gilde seid, die entsprechend in der Gildenfestung schon Segen freigeschaltet habt, gibt es hier den Schatzjäger, wo ihr entsprechend auch mehr Gold bekommt, abhängig davon, wie weit die Entdecker-Gilde in eurer Gilde aufgestuft ist, und das sind zwei sehr relativ einfache Möglichkeiten an Gold zu kommen, weil Lichtverzauberungen droppen, ihr habt eh in den Unterstützungsverzauberungen noch nicht so die nötigen Sachen, je nachdem, wenn ihr jetzt eh noch die Drachenwortverzauberung zum Beispiel braucht, ähm, ist da ja noch nichts drauf, und mit den Gilden, es gibt hier jetzt auch in dem Unterstützungsbereich nicht so die besseren Sachen, also klar, XP wäre noch die Alternative, da hättet ihr aber, also, na man, in einer Gilde entscheidet man sich eh entweder für Schatzjäger oder für Bonus-EP, da muss man dann einfach schauen, was die Gilde anbietet, in den anderen Kampagnen seid ihr ja eh noch nicht so, dass es da irgendwie groß die Relevanz hat, was es dort so gibt, dass ihr dort irgendwie die Segen bekommt, aber damit kriegt ihr schon mal mehr Gold, und dann alles verkaufen, also ich verkaufe ja jetzt den Großteil der Ausrüstung, hab ich jetzt angefangen zu verkaufen, das bringt euch auch ganz gut Geld, äh, also nicht einen Veredlungspunkt umwandeln, das könnt ihr machen, ihr könntet auch, wenn ihr unbedingt Gold möchtet, ähm, bestimmte Gegenstände kaufen, für Astraldiamanten, und diese dann, ähm, wieder bei einem Händler verkaufen, äh, also hier zum Beispiel die, seht ihr bei den verschiedenen Schätzen, die werden hier halt angeboten, ein Astraldiamant sind hier 23 Kupfer, es gibt ein paar Sachen, die auch ein bisschen mehr wert sind, die dann aber auch ein paar mehr Astraldiamanten kosten, äh, ist halt die Sache, ich persönlich würde euch raten, das nicht zu machen, denn auch wenn ihr am Anfang das Gefühl habt, dass ihr zu wenig Gold habt, das ist, wenn hier ein Astraldiamant für zwei Silber, das ist dann schon wieder was anderes, dann wird einfach mal ein paar Seiten weitergehen, auch nicht, oh, 50 Fuß Seil kann jeder, kann man immer gebrauchen, ah, Seile, warte, ich brauch Seile, 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 boah, es ist teuer, mir reicht einmal 50 Fuß, oh, ich brauch Seil, jeder gute Abenteurer sollte Seile dabei haben, so, ha, Schwein gehabt, jetzt kann das nächste ja passieren, oh Gott, also deswegen, ich würde euch raten, guckt da noch nicht zu sehr drauf, es wirkt so, als bräuchtet ihr viel Geld, aber das, das legt sich, das legt sich mit dem Gold, da müsst ihr euch keinen großen Kopf rummachen, spätestens, wenn ihr Level 70 seid, werdet ihr irgendwann nicht mehr wissen, woher mit dem Gold, gerade auch durch Berufe, ich war gut, bei Berufen kann halt sein, dass sich das da auch nochmal regelt, aber bei den Berufen kriegt ihr auch regelmäßig Gold, momentan jedenfalls, wenn ihr Führungsberufe macht, die bringen euch konstant Gold, und das ist halt, es gibt so viele Quellen für Gold, stimmt, hier, momentan auch noch, durch die, ich weiß nicht, wie sich jetzt im Modul 15 ändert mit dem Gold, aber hier kriegt ihr jetzt auch regelmäßig Silber und, 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 verschiedene Mengen an Gold, einfach dafür ist nichts tun, sozusagen, und deswegen, da muss man jetzt nicht groß den Fokus drauflegen, das kommt mit der Zeit dann ist, so, genug um Gold, wir sind ja nun hier keine geldgierigen, goldgierigen Zwerge, die nicht für die Gemeinschaft arbeiten und dafür Gutes tun wollen, sondern, sondern nur auf die glänzenden Gegenstände gucken, sondern wir sind, helfen die helfen! Ja, und ich bin ein helfender Elf! Ja! Na ja, ich hab ja angekündigt, Leute mit Drachnophobie werden keinen Spaß haben, jetzt kommt der Bereich! Freund, ich hätte eine Bitte an euch! Viele der Dorfbewohner konnten vor ihrer Flucht aus dem Dorf ihre Häuser verbarrikadieren. Innen drin befindet sich der Großteil der Ernte dieses Jahres, die wir benötigen werden, sobald dies alles hier vorbei ist. Da ihr euch auf dem Weg zum Dorf befindet, wäre ich dankbar, wenn ihr überprüfen könntet, ob einige dieser Türen immer noch verschlossen sind. Die Spinnen sind zwar fürchterlich, aber sie sollten nicht in ein verschlossenes Haus hinein gelangen können. Das klingt sehr gut durchdacht! Diese verfluchten Drow haben aus unseren Häusern und Geschäften ein riesiges Spinnennest gemacht. Schlimmer ist, dass sie unschuldige Zivilisten gefangen halten, um sie zuerst als Sklaven zu missbrauchen und hinterher an die Spinnen zu verfüttern. Zu meinen Glanzzeiten wäre ich selbst damit fertig geworden, aber jetzt bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Ja, sieht so aus, als hättest du ein bisschen gewachsen, vor allen Dingen so um die Mitte rum. kann ich gut nachvollziehen. Da leide ich mit... Gut! Wir töten Spinnen! Bevor wir über Spinnen töten, machen wir einen kleinen... Yay! Hallo Geheimnis von der Drow! Wollt ihr etwas? Ich muss los! Und zwar gibt es hier einen kleinen Gag, den sie eingebaut haben, sozusagen. Und zwar unter einer dieser Brücken steht ein Troll! Ein Brückentroll vielleicht! Hahaha! Ich finde das ist ein... Dieser Troll hier! Dieser Troll ist glaube ich wirklich ein kleiner Gag! Ein Troll unter einer Brücke! Also ich finde das ist... Auch wenn es dafür nichts gibt irgendwie... Erhalte aus der Quest Troll und Brücken! Troll und Brücken! Es gibt nichts! Ich bin... Hahaha! Ich bin Mr. Cuttervieh! Ich habe voll den Plan! Ich bin schon lange nicht mehr hier gewesen und deswegen... Es tut mir leid, dass ich das nicht... Dass ich das vergessen hatte! Ich wusste, dass es diesen Troll gibt! Ich dachte... Und ich wusste, dass es diesen Gag gibt! Dass sie da auf der ganzen Quest gemacht haben, wusste ich echt nicht wer! Im Inneren eines Troll-Magens habt ihr ein leichtverlustes Buch mit dem Titel... Warum habe ich den Troll aufgeschnitten? Können wir kurz darüber reden, wie ich in den Magen gucken kann? Ich habe eine Keule... Mit dem Titel... Der Fahrt von Sylvanus! Daran steht geschrieben... Bring es zurück zu Halfort, dem Druiden, um eine Belohnung zu erhalten! Natürlich! Genau! Auf jeden Fall, das ist ein kleiner Gag! Sorry, das ist definitiv einfach nur ein kleiner Gag! Gerade diese Quest klingt sehr... Sehr... Skurril! Ein Buch, in dem einfach drin steht... Bring es zu mir zurück! Naja! Wir müssen Türen anschauen! Hier ist eine Spinne! Eine Sprungspinne! Die ist gesprungen! Die Spinnen! Die Spinnen da! Die springen doch die Spinnen! Tschüssi! Und... Wir überprüfen... Ist jetzt noch alles gut verbarrikadiert? Ja! Es ist immer noch sicher! Sehr schön! Ist da noch eine Tür? Nein! Die ist innen! Dann geht es hinein! Und hier sind schon Spinnenweben! Und jetzt wird es jetzt richtig lecker! Und zwar... Hier! Über uns Spinnenweben! Links, rechts! Überall Spinnenweben! Hier doch wirklich über uns! Und... Das ist... halt... Überall... Die krabbeln auch da oben! Da! Das ist so cool gemacht! Das ist so gut gemacht! Ich finde das so cool! Ach! Ich finde das toll! Wieder so kleine Details! Dass die Spinnen natürlich über die Spinnenweben auch krabbeln! Um von A nach B zu kommen und einen zu überraschen! Aus dem Hinterteil sozusagen anzugreifen! Ein... Das ist so wieder so ein Detail! Weißt du... Hätten sie die Spinnenweben einfach nur dahin gemacht! Und das nicht als... Begehbare Ebene für Spinnen gemacht! Wäre das niemandem aufgefallen! Aber dadurch, dass sie es gemacht haben... Wirkt es so viel echter! Immer noch sicher! Sehr schön! Wir müssen weiter Drow töten und... Die... Ne, wir müssen noch Spinnen töten! Warum töte ich dich? Naja! Ist glaube ich jetzt auch kein Schaden! Geh weg! Ein Schleierweber! Davon kennen wir ja! Die haben wir ja schon gesehen! Das sind jene, womit hier diese komischen... Hallo Venfita! Wir kommen zurück! Diese komischen Kuppeln erzeugt werden! Ich habe schon wieder einer aus dem... aus dem... aus dem... aus dem Netz über uns angesprungen! Wir müssen eigentlich Drow töten! Da ist eine Tür! Drow-Assassin töten! Hier gibt es glaube ich keine, oder? Gibt es hier Drow-Assassin? Für das Dämonennetz! Dämonennetz?! Schwerd auf den Kopf! Ne, Schwerd von oben hab ich gesagt! So heißt der Skill! Naja, das ist der offizielle Name dieses Skills! Also... Achtet nicht darauf, was in... in der Übersicht angegeben ist! Wenn ihr auf die Kraft... Kräfteübersicht... geht! Dieser Skill heißt... Schwerd von oben! Also... Das ist der offizielle Name! Wir müssen noch Spinnen töten! Spinnen! Er geht... Weck... Weckreispinnen! Weg... Weg! Weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Weg, weg, weg! Weg, weg! Da muss ich wohl noch ein bisschen mich umschauen. Na gut, wir tüten mal noch weitere Spinnen. Vier Stück brauchen wir noch. Da ist noch was an Spinnen. Ah, das sind die letzten vier. Weil ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch eine Quest um diese Netzweber gibt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Dank für euch war ich in der Lage, Einzel der Gefangenen in Sicherheit zu bringen. Gut gemacht. Bitteschön, wir helfen gerne. Sie waren alle sicher? Meine alten Knochen freuen sich, so etwas zu hören. Danke. Vielen Dank. Bitteschön, wir helfen gerne. Auf Wiedersehen. Gut, dann haben wir dazu keine Quest, nicht gedacht. Aber gut. Ich weiß sowieso nicht viel. Ich habe sowieso nicht so den Plan. Ja, guck mal, das ist so ein Troll. Hey, du Troll. Ins Gesicht. Ins Auge. Ins Auge. Ins Auge. Ist auch eine Quest für uns. Hey. Das ist mir nicht gut. Tschüssi. Trolltöter. Und ein Regen im Blauen, aber kein Fest-Eitem. Malboro, warum machst du? Warum tust du? Wo geht's da hin? Erkundungskaninchen on the way. Ist hier hinten irgendwas Besonderes? Nein. Oh. Doch. Ein Gewölberpaket. Ein Gewölberpaket. Okay. Na gut. Nun gut. Wir haben das erkundet. Erkundungskaninchen hat wieder seine Aufschraube erfüllt. Und wir werden diese Folge jetzt beenden. Und in der nächsten Folge werden wir uns mit dem Spinnennest beschäftigen. Es wird also für Arachnophobika nicht schön. Und das tut mir leid. Da müsst ihr leider durch. Aber wie gesagt, wir töten sie ja. Wir tun ja etwas gegen die Arachnophobika. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüssi. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.